Moin Leute, Trimax hier. Wir ziehen uns jetzt ein sehr neues Video rein von Symptizismus Exposed, wie Gaming-Konzerne ihre Spiele ausbeuten. Könnte ich ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich auch Opfer der Gaming-Konzerte. Ich bin mal gespannt, was sie da rausgefunden haben. Ich esse nebenbei was, deswegen rastet nicht aus, wenn ihr das auf YouTube seht. Ich hau mir jetzt hier einfach eine Lasagne rein, okay? Spielindustrie verdient immer mehr Geld, auch dank immer mehr In-Game-Verkäufen. Battle Passes, Cosmetics, Lootboxen, Items, Extraleben, Zeitüberspringer, Diamanten, um Gold zu kaufen, um damit Splitter zu kaufen, kurz Microtransactions. Die sind leider häufig ziemlich ekelhaft und manipulativ. Viel davon ist lange bekannt, teils wehren sich die Spieler, aber leider wird es insgesamt nicht wirklich besser. Große Teile der Videospielbranche bewegen sich Schritt für Schritt in eine ungesunde, gierige, rücksichtslose und ausbeuterische Richtung. Von einer Industrie, die viel zu wenig reguliert wird, in der man sich für jeden noch so fiesen psychologischen Trick nicht zu schade ist. In der selbst die größten Entwickler ihre Seelen an äußerst fragwürdige Geschäftsmodelle verkaufen. Von Spielen, die kaum mehr sind als Dauerwerbeanzeigen, bei denen echter Spielspaß und die Kunstform an allerletzter Stelle stehen. Und die einige anfällige Menschen ganz... Shots feiert, Alter, geht gut los. ...bewusst und strategisch ausnehmen. Das sind 57 bis 85 Cent pro Minute. Ich gucke das Video nicht, um zu gucken, was die Abzocke dahinter ist. Ich gucke das Ding, um Games herauszufinden, wo ich richtig abgezogen werde und richtig reinbuttern kann. Ist da ein Clip von dir drin? Ich gucke das Video zu der Entstehungsgeschichte von Lootboxen. Let's go. Heute sind viele Games erstmal gratis für den Spieler. Vermutlich um den Einstieg zu erleichtern und um auch Menschen anzusprechen, die vielleicht keine 50 bis 70 Euro ausgeben können oder wollen. Entwickler müssen sich ihre Entwicklungskosten dann anders wieder reinholen. Zum Beispiel mit Mikrotransaktionen. Eine Option sind zum Beispiel kaufbare Kosmetik. Finde ich aber völlig fein. Guck mal, Fortnite ist so ein heftig programmiertes Game. Auch Warzone, Apex, Clash Royale. Alles kostenlos. Wo Millionen in die Entwicklung reingegangen sind und ihr könnt es kostenlos spielen. Das ist auf jeden Fall die Zukunft. Irgendwann muss auch ein Call of Duty kostenlos sein. FIFA könnte mit den Milliarden, in die sie in Packs machen, theoretisch das Game auch kostenlos machen. Dann würde es nochmal viel, viel mehr Spieler geben. Wahrscheinlich würden sie damals sogar noch mehr Gewinn machen, wenn das Spiel kostenlos wäre. Also es würde in die Richtung gehen, dass alles Free-to-Play sein wird und du dann überall Gins, Season Pass und so ein Staff hast. Ethische Inhalte, wie ein neues Outfit für den eigenen Charakter. Die sind häufig ziemlich okay. Also mir fällt zum Beispiel das Action-Rollenspiel Path of Exile ein. Das bietet seine kosmetischen Items halt sehr direkt an. Du weißt genau, was du kaufst und was es kostet und dann ist auch gut. Und du kannst selbst entscheiden, brauche ich das oder brauche ich das nicht und kannst es auch sehr gut ignorieren. Alle Spieler haben in solchen Fällen weiterhin die gleichen Chancen. Die Käufe sind einfach und klar und das Gameplay wird nicht behindert. Aber häufig machen Mikrotransaktionen Spiele aktiv schlechter. Die Frage ist oft nicht mehr, okay, wir haben diese Idee, dieses Spiel, wie können wir damit Geld verdienen? Sondern wie muss mein Spiel designt sein, damit es möglichst viel Geld einbringt? Viel von dem, was jetzt kommt, kennt ihr vielleicht schon aus eigenen Erfahrungen. Aber es lohnt sich, sich die diversen Strategien der Entwickler... Was ist denn einmal für ein Drecks-Harry-Potter-Game drinne? What the fuck? Von 1997 oder was? ...einmal wirklich vor Augen zu führen. Erstmal verschleiern viele Spiele die tatsächlichen Euro-Preise für Dinge durch In-Game-Währungen. Wenn ich für 4,99 Euro 80 Gems kaufen kann, mit denen ich 14 Splitter kaufen kann und eine neue Frisur für meinen Charakter kostet 3 Splitter, wie viel kostet der Haarschnitt in Euro? 80 Gems, ja, für 5 Euro. 13 Splitter kriege ich dafür und 6 kostet die Frisur. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. So entkoppelt man Dinge im In-Game-Shop, soweit es geht von ihrem echten Preis, um das Geld ausgeben zu erleichtern. Aber das ist nur der Anfang. Make sure that your games aren't too skill-based. I made that mistake myself. A too skill-based game, you don't get people to pay you, because there's no reason to. Das ist ein Ausschnitt eines berühmt-berüchtigten Vortrages eines Mobile-Spiele-Entwicklers darüber, wie man, naja, seine Spieler am besten austrickst und ausnimmt. Regel Nummer 1, mit reinem Können sollten Spieler im Game auf keinen Fall allzu weit kommen. Hier betritt Pay to Win die Bühne. Wer extra zahlt, zum Beispiel für spezielle Items, hat einen Vorteil. Das raubt aber vielen schnell den Spaß, wenn man es als Entwickler übertreibt. Pay to Progress ist da häufig effektiver. Am Anfang geht alles ganz schnell im Spiel. Man kommt gut voran, das Dorf wird größer, der Charakter wird stärker. Habe ich schon Bock. Habe ich jetzt schon Bock. Das Game gibt es noch nicht mehr, hätte ich jetzt Bock. Plötzlich geht alles super langsam. Elendige, sich immer wiederholende Aufgaben im Spiel werden immer elendiger. Man muss 30 Minuten warten, bis sich eine Ressource wieder auffüllt, um weiterspielen zu können. Oder man zahlt halt 2 Euro. Und wer einmal damit anfängt, dem fällt jeder weitere Kauf einfacher. Neben undurchschaubaren Wechselkursen setzt man dann absurd hohe Preise für Gegenstände, um zum richtigen Zeitpunkt ein Angebot mit einem deutlich niedrigeren Preis zu machen. Plötzlich sind 15 Euro für irgendeinen Scheiß in einem Handyspiel ein guter Deal, weil Discount? Das nennt man Anchoring. Macht das Angebot noch zeitlich befristet und oh yeah. Alter, recht royal. Das ist gut. Aber das ist ja fein. Jetzt kommt man sich ja mit Gold alles da oben, was am Shop ist. Dann setzt man Bezahloptionen ganz gezielt, wenn die Frustration am höchsten ist, um die Irrationalität, den Hot State des Spielers auszunutzen. Ach, schon wieder tot. Willst du nicht für nur 138 Gold wiederbelebt werden? Das verleitet natürlich dazu, das eigene Spiel so zu designen, dass es diese Frustrationsmomente immer und immer und immer wieder gibt. Und selbstverständlich nutzen viele Spiele... Wo war das? In Heyday Pop, ne? Das fand ich auch kacke. ...all diese Techniken gleichzeitig. Great Shadow Legends oder Hogwarts Mystery sind hier Paradebeispiele. Siehe die starken Videos von Ultralativ zu dem Thema. Stattdessen ist es weniger ein Spiel als ein animiertes Uhrwerk, das man mit Geld immer weiter ölen und schneller laufen lassen kann, damit man sich am Wachstum der Zahlen und dem Fortschritt der eigenen Sammlung erfreuen kann. Es ist das Abrufen und Monetarisieren von im Menschen tief verankerten Kursen. Quellen kurzzeitiger Befriedigung. Und das ist furchtbar schade. Auch im neuen Pokémon Unite gibt es undurchschaubar teure Skins, elendig langsamen Fortschritt, um das eigene Lieblings-Pokémon freizuschalten und Pay2Win. Entweder 498 Tage Spielzeit für ein vollständig ausgerüstetes Pokémon oder 120 Euro. Geil. Siehe dazu dieses Video von Game2. Ah, ja. Wenn du viel spielst, kriegst du deine richtigen Items schon durch. Das ist so ein bisschen wie damals in League of Legends mit den Runen. Wenn du Free2Play bist und viel zockst, dann kriegst du ein Runenbaum oder ein Itemset. Nicht auf 100%, sondern so auf 85% Wirksamkeit. Die letzten 15% dauern dann übertrieben lange. Gerade die letzten 5% dauern so lange wie alles davor. Aber das haben die eigentlich auch ganz gut gelöst. Das haben die eigentlich auch ganz gut gelöst. Nicht jeder hat so viel Zeit zu zocken, stimmt auch wieder. Aber wenn man es dann hat, wenn du früher in League of Legends deinen kompletten Runenbaum fertig hattest mit den richtigen Runen, das war auch ein geiles Gefühl dann. Wenn du da richtig 3, 4, 5 Wochen dran gezockt hast, um dann maximal geil AP zum Start zu haben oder sowas. 500 Tage ist 100%. Ich sag euch, 500 Tage ist 100% und 10 Tage ist 80%. Für einen. Willst du für einen. Du spielst einen Damage-Dealer, einen Fähigkeiten oder einen AD, also Attack-Damage oder einen Tank oder einen Support. Das muss man sagen. Wenn du mehrere haben willst, Katastrophe. Dann musst du reinbuttern wie bekloppt. Aber das ist auch das Schwierige, was man hinkriegen muss. Ist es zu viel Pay-to-Win, ist es raus. Hast du aber richtig schön viel langen Progress über den Zeitraum, ist es wieder geil. Everdale ist zum Beispiel richtig gut. Da kannst du gar nicht am Anfang einmal durchpayen. Aber du kannst jeden Tag irgendwie 8 Euro reinhauen. Das ist schon bekloppt und du kannst auch Free-to-Play wahnsinnig viel reißen. Also es ist, da haben sie es sehr, sehr smart hingekriegt, muss ich sagen. Selbst die beliebtesten Franchises, die größten Marken, sind sich nicht zu schade für richtig schlechtes, manipulatives Spieldesign. All das wird dann häufig noch irreführend vermarktet. Tolle Cinematics, ernüchternde Realität. Diese Techniken sind bei Handyspielen quasi Standard. Sie werden oft einfach akzeptiert. Aber allein das ist schon bitter, wenn man mal drüber nachdenkt. Der Mobile-Gaming-Markt ist schon seit Jahren der mit Abstand größte Teil der Industrie. Es gibt immer mehr richtig große Mainstream-Titel, die Mobile... Aber Clash of Clans, Clash Royale, Free-to-Play? Wie viel Spaß haben wir Free-to-Play? Jetzt mal ganz im Ernst. Wer war Clash Royale bei den Free-to-Play-Dingern dabei? Das Update kam, ich hab gleich meinen E-Giant, ich hab meinen Mega-Mini-Level 14, ich hab bald meinen E-Giant 14. Es macht Spaß, jede Karte zu bekommen, jeden Joker, jede Challenge, jeden Tag Clanspiele, aktiv zocken, Kisten machen. Wir sind seit dreieinhalb Monaten dabei, wir sind Level 14, wir sind fast Max. Das macht Free-to-Play mehr Spaß als Pay-to-Win. Bei Pay-to-Win hau ich mir in Season Pass, wenn ich die Challenge verkack, scheiß drauf. Bei Free-to-Play wird richtig gesweatet. Und da muss ich jeden Tag die Clanspiele machen. Es macht Free-to-Play mehr Spaß, da zu progressen. Punkt. Das ist nicht gespielt oder irgendwas. Ich zocke das Game jeden Tag nach dem Stream, beim Essen, auf der Couch und mach die Clanspiele. Immer. Da kann mir keiner was erzählen. Also Clash Royale und Clash of Clans haben zwar auch die Systeme, aber schaffen es auch Free-to-Play den Leuten alles zu geben. First entwickelt werden. Die Grenze zwischen Geräten verschwimmt. Handyspiele mögen Vorreiter sein. Aber die Geschäftsmodelle erreichen längst auch Konsolen und PCs. Schauen wir uns als nächstes die wohl perverseste Form der Microtransaction an, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Lootboxen sind in der Regel Packs oder Truhen. In diesen befinden sich zufällige Sachen mit unterschiedlichem Wert. Wenn man diese Lootboxen für echtes Geld kaufen kann, hat das ganz schön viele Ähnlichkeiten zu einem einarmigen Banditen. Die psychologischen Mechanismen sind die gleichen. Von knappen Nebenergebnissen bis hin zu Illusionen der Kontrolle und Verlustjagd bei Problemspielern. Zahlreiche Studien haben festgestellt, je mehr Geld jemand für Lootboxen ausgibt, desto problematischer ist das eigene Glücksspielverhalten tendenziell. Es ist unklar, was hier was bedingt. Beides wäre allerdings problematisch. Lootboxen werden von vielen deshalb als quasi unreguliertes Glücksspiel betrachtet. Und dann richten sie sich häufig auch noch ganz klar an Minderjährige und Kinder. Am schlimmsten sind sie, wenn die Inhalte das Gameplay beeinflussen und die Chance, etwas wirklich Brauchbares zu bekommen, so richtig, richtig niedrig ist. Wir haben selber schon vor Jahren darüber berichtet, am Beispiel... Oh mein Gott. Ich würde gerne mal wissen, wo die Wahrscheinlichkeit ist eine Ikone zu ziehen, wie 0,00004% oder so ein Scheiß. ...spiel der Gelddruckmaschine des tollsten Spieleentwicklers der Welt. FIFA von IL. Das Spiel erscheint jedes Jahr mit minimalen Änderungen neu für 50 bis 70 Euro. Sorry, dass das rauskommt. Mit dem Spielmodus Ultimate Team kann man sich jedes Jahr neu sein ultimatives Team zusammenstellen und dann gegen andere antreten. Leider bekommt man Spieler für sein Team vor allem aus Packs, also Lootboxen. Und die richtig guten Spieler sind so richtig selten. Und um viele Packs zu öffnen, muss man entweder ganz, ganz viel spielen oder richtig viel Geld ausgeben. Larry, what the hell are you... Larry, Larry, you can't just... Don't do Packs, kids. Einige Länder wie Belgien haben Lootboxen mit... Ja, geil, geiler Typ. Der ist mir direkt sympathisch. Don't do Packs, kids. ...undterweil verboten oder gehen in Teilen dagegen vor. Seit neuestem auch Deutschland. Der Shitstorm ist so groß geworden, dass sich dann danach kaum ein Hersteller mehr getraut hat, solche Mechaniken in ihr Premium-Spiel einzubauen. Und daraus entstand dann einfach ein Rückgang dieser, ja, sehr offensiven. Ich finde, man muss ja unterscheiden, so zwischen einem Clash Royale und einem FIFA. In einem Clash Royale kriegst du alles Mögliche garantiert und sowas. Da weißt du, was du hast. Und FIFA ist... Die Leute denken, sie können Messi ziehen, aber ihr werdet nicht Messi ziehen. Also FIFA ist wirklich... FIFA ist so viel schlimmer als alles andere, was hierüber berichtet wird. Lootboxen oder predatory business, sagt man eigentlich. Das traut sich heute kein großer Spielehersteller mehr und deswegen ist es ein bisschen seltener geworden. Das ist zwar ein Lichtblick, aber in vielen Teilen der Industrie sind Lootboxen weiter verbreitet denn je. Dazu gehört auch drei Jahre später immer noch FIFA. Aber, aber, es gibt bei Ultimate Team doch neben den regulären Packs jetzt auch sogenannte Preview-Packs. Ach, Schwanz. Lowster Trick, im Jahr 2022, äh, 2021, da irgendwie das Ding hinzukriegen. Also in FIFA 22. So low. Das ist kein Glücksspiel mehr. Es gibt hier jetzt ein Vorschau-Pack. Gott. Oh Gott, ist das low. Das ist die Alter, meine Fresse. Dort kann man einmal alle 24 Stunden sehen, was im Pack drin ist, bevor man es kauft. So it doesn't look like a lootbox, right? Ähm, but, ich sag sogar, das ist noch schlimmer. Das ist wie so eine Einstiegsdroge. Jemand, der eigentlich free-to-play sein möchte, ein Vorschau-Pack aufzumachen. Der erste Schuss ist gratis. So eine Sch... Das ist krass. Das ist also so bad. Das ist Dr. David Zandl, ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Videospielmonetarisierung. Ultimate Team ist zwar oberflächlich betrachtet etwas besser geworden, aber aus Sicht von Zandl ist es wahrscheinlich nur ein Trick, um Regulierung zu umgehen. Denn man wettet immer noch. Nur halt auf den folgenden Inhalt, nicht den momentanen. Ja. Alter, ist das ein gutes Video. Wieso gibt es da fast nicht öfter? ...to a government, how a vanilla-player-pack corresponds with gambling. These novel-preview-packs, the mechanism appears like it might be exactly, but the explanation is much more hard. Den Modus Ultimate Team gibt es natürlich auch noch in anderen großen Sportspielen von EA. Gemeinsam sind die Ultimate Team-Spielmodi verantwortlich für fast 30 Prozent des gesamten Umsatzes von EA. FIFA Ultimate Team allein macht nach Schätzungen circa 16 Prozent aus. Sehr überspitzt, wenn man Lootboxen als Glücksspiel betrachtet, wäre EAs Business zu fast ein Drittel ein Casino. Nice. Wir haben EA mit den Bedenken von Forschern wie Dr. Zandl konfrontiert. EAsia betont, dass die Gesetzgebung in vielen Ländern zu dem Schluss gekommen ist, dass Lootboxen kein Glücksspiel darstellen, weil... In vielen Ländern. Am Ende ist nur noch so irgendwie... Am Ende sind hier nur noch so in Somalia kein Glücksspiel und dann sagen so, oh, wir sind kein Glücksspiel. Ein Land auf der Welt hat gesagt, wir sind das nicht. ...man nicht direkt Geld gewinnen kann. Das ist auch die Sichtweise der Firma. EA schreibt zusätzlich, dass es keinen schlussendlichen wissenschaftlichen Konsens gebe, ob Lootboxen wirklich gefährlich sind. EA hat uns außerdem versichert, dass minderjährige FIFA-Spieler im Median nur 37,20 Euro pro Jahr für Ultimate Team ausgeben. Ein anderes Beispiel wäre Genshin Impact. Das ist ein Adventure-Rollenspiel mit Lootbox-Mechaniken, das letztes Jahr ein riesiger Hit war. Der YouTuber M-Test hat rund 1700 Euro verzockt beim Versuch, einen bestimmten Genshin Impact-Charakter zu ziehen. Das hat ihn dazu verleitet, sich öffentlich bei allen seinen Zuschauern zu entschuldigen und komplett aufzuhören, Geld in dem Spiel auszugeben. Hä, wieso? Das ist doch gut. Die Leute denken, sie können diesen Charakter in Genshin Impact bekommen und er zahlt 1700 Euro. Hä, er hat doch Aufklärung betrieben. Wie krank wäre das denn, oder hier, als ich den Sparky gezogen habe für 800 Euro. Oder man zieht alle 6000 Euro eine Ikone in FIFA. Wie viele Leute spielen Genshin Impact und wussten das nicht? Das ist jetzt auch gut, dass das bei mir im Stream drinne vorkommt. Kleiner Bonus, hier erlebt man die absolute Verzweiflung des Streamers Lakari, nachdem er ebenfalls rund 1700 Euro ausgegeben hat, um einen Charakter in dem Spiel freizuschalten. Als es endlich klappt, wandelt sich seine Panik in völlige Ekstase. Digga, die heulen ja schon, wenn sie die Sachen nicht bekommen haben. Stell dir vor, ich würde hier sitzen und ich ziehe so lange, bis eine Ikone kommt, dann kommst du nicht und dann weine ich. Also denen ist dir, glaube ich, aber die Pull-Ride auch nicht bewusst, oder? Was zur Hölle? Wieso haben die beide krank? Okay, die allermeisten Menschen betrifft das alles nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du noch keine paar tausend Euro in ein Spiel gepumpt. Für dich, mich und viele andere sind Spiele mit Lootboxen und anderen Mikrotransaktionen einfach nur nervig. Die meisten Spieler hätten lieber keine Ingame-Verkäufe, aber tja, so ist es halt. Doch darauf zielen diese Geschäftsmodelle auch gar nicht ab. Nein, die Entwickler jagen Wale. Gerade im Mobile-Gaming-Bereich macht ein verschwindend geringer Teil der Spieler den Großteil des Umsatzes aus. Ganz genaue Zahlen gibt es nicht, aber meist sind das irgendwo zwischen 0,1 und Ich bin ein scheiß Mobile-Gaming-Umsatz-Distributions-Wahl. Das bin ich! Seht ihr das? Das sind hier die kleinen Fische und das ist der Wal. Zwei Prozent der Spieler. Das sind die Menschen, die Tausende, teils Zehn... Ich bin so ein Wal. Scheiße. Zehntausende Euro in ein... Aber heilige Scheiße, stell dir vor, die 70.000 Euro aus und verdienst damit kein Geld. Scheiße. Digga, stell dir vor, die sind einfach weg, privat, nachsteuern. Fuck. Das ist krank. Das ist ja richtig krank. Also wenn du, keine Ahnung, Multimillionär bist und dann jucken dich die 70.000 nicht und die ballerst du in einem Game. Okay, aber es wird wahrscheinlich auch Leute geben, die richtig süchtig sind und alles, was sie verdienen, in das Game reinstecken, ne? Spielpumpen. Es gibt lange Analysen und AI-Tools, wie man sein Spiel optimieren muss, um diese Wale zu fangen und gezielt dazu zu bringen, immer mehr Geld auszugeben. Der Vortrag aus Kapitel 1 heißt zum Beispiel tatsächlich Let's go whaling. Es geht nicht darum, dass eine... Let's go whaling. Ich wurde so gewahlt. ...item für 1000 Euro anzubieten. Spiele sollten so gestaltet werden, dass man jeden Tag aufs Neue eine kleine bis mittlere Summe Geld ausgeben kann. They are the guys who have all of their Clash of Clans building at the max level. They are already there. So you can no longer sell progress to them. You have to sell consumables. This is where you are selling the faster healing times or faster build times of armies. This is also where you get basically unlimited upper spend. Unlimited upper spend. Das hab ich. Das hab ich. Geil. Das Narrativ in der Industrie ist häufig, diese Leute hätten das Geld ja übrig. Das sieht... Das ist das Problem. Da sieht man gefühlt einen Scheich und einen Ultra-Geschäftsmann. Einfach zwei Milliardäre. Scheiß drauf, ich pump mal 70.000 in ein Game. Die Wissenschaft ganz anders. Spieler, die zum Beispiel viele Lootboxen kaufen, sind nicht reich. Es gibt Anzeichen, dass diese Menschen teils schlicht und einfach Problemspieler sind. Menschen mit einer Glücksspielsucht, die unkontrolliert immer mehr Geld ausgeben, obwohl sie es häufig eigentlich nicht übrig haben. Aber ganz genau weiß man das nicht. Boah, fahr ich da nicht mit rein. Einfach, weil Spieleentwickler ihre Daten so gut wie nie mit Forschern wie Dr. Sandel teilen. Vielleicht aus Angst, was er und andere über die wahre Natur der Wale herausfinden. scannt ihr mich so, what the fuck? Natürlich sind nicht alle Spiele so aufgebaut und nicht jeder Entwickler ist derart auf Profite um jeden Preis aus. Viele Next-Gen-Games sind in jeder Hinsicht absolute Meisterwerke. Dazu kommen zahllose tolle Indie-Spiele. Etliche Free-to-Play-Title sind toll umgesetzt und finanzieren sich sehr erfolgreich auf faire Art und Weise. Doch die Videospiel-Industrie wächst immer, immer weiter. Billionen auf Ende sind Milliarden, ne? 293 Milliarden bei 2027? 300, 300 Milliarden? Wie zum Fick? Wo? Wie? Was? Sie ist heute schon größer als die Musik- und Filmindustrie zusammengenommen. Und Mikrotransaktionen machen einen immer größeren Anteil des Umsatzes aus. Letztes Jahr war es schon über 20%. Noch deutlicher macht es der Umsatz des Industriegiganten Activision Blizzard. Innerhalb von nur sieben Jahren sind Microtransactions und Abos das Hauptgeschäft des Unternehmens geworden. Bei vielen Entwicklern ist... Achso, Activision Blizzard. Ich dachte, Activision ist ja nicht nur Warzone, ist ja noch viel mehr. ...die Verlockung vermutlich groß, die Spiele richtig heftig durchzumonetarisieren. Denn es funktioniert ganz offensichtlich. Genshin Impact ist ein unglaublicher finanzieller Erfolg. Es hat diese Art von Free-to-Play-Lootbox-Spiel... Zwei Milliarden hat das Game gebracht? In einem Jahr? Zwei Milliarden? Was ist das? Und wieso habe ich das nicht gezockt? Ach, wegen Anime, ne? Fuck. Romatra hat schon gesagt, dass das übel scammy ist. On mobile in First Year. Lol. Nur mobile. ...erfolg. Es hat diese Art von Free-to-Play-Lootbox-Spiel auf die Konsole gebracht. Andere werden versuchen, das zu reproduzieren. Ultimate Team ist finanziell so wichtig für EA, dass der Konzern es sich überhaupt nicht erlauben kann, den Modus grundlegend zu verändern. Das steht tatsächlich in... Stimmt, das geht gar nicht. Wie denn auch? Wenn du Millionen Leute hast, die ein Game kaufen für 70 bis 110 Euro, mehrere Millionen, das reicht nicht. Wie auch, ne? Wo holen dann die Investoren ihre Milliarden her? Etwas anderen Worten im letzten Jahresbericht des Entwicklers. Sind diese Geschäftsmodelle wirklich nachhaltig? Spiele, die sich über die Ausbeutung einiger weniger Menschen finanzieren? Man könnte sich zumindest in diesem Extremfall selbst regulieren. Zum Beispiel mit Limits, wie viel ein Spieler in einem Game ausgeben kann. Die Meldung hasse ich immer. Du hast bereits 100 Euro ausgegeben. Schreibe in Caps Lock bestätigen, um eine weitere Transaktion zu bestätigen. Scheiß. Fuck mich immer richtig ab, man. Ich kann aber so langsam payen. Abseits davon muss man bei Lootboxen über Altersbeschränkungen reden. Immer und überall klar angezeigte Gewinnchancen. Ja. Ja, lol. Es kann ja alles drin bleiben. Scheißegal. Ja. Das ist so ein gutes Video. Das ist das beste Video des Jahres. Und Preise in Echtgeld. Das ist es. Ab 18? Nicht gegeben. Glücksspiel für die Konsole. Preise in Echtgeld, FIFA Points umrechnen, ja. Und die klaren Gewinnchancen sind nicht da. Ein Walkout zu ziehen, zwei Prozent. Und wieso schreiben die nicht hin, was eine Ikone ist? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Messi zu ziehen? Wieso steht das dann nicht? Cristiano Ronaldo oder Messi? Einfach klare Gewinnchancen. Der ist nicht in jeder Hundertsten drin, nicht in jeder Tausendsten, sondern in jeder 15.700. Oder so einer Scheiße. Die würden ja trotzdem noch Geld machen. Die bieten ihr Game an für 70 bis 100 Euro und machen trotzdem Milliarden. Das ist doch nicht so schwer. Die können ja alles beibehalten. Mach alles, mach es weiter. Scheiß drauf. Da sind tausend weirde Psychospielchen drin, die Leute zum Kauf zu bringen. Aber dann mach es ab 18, sag die Preise und gib die klaren Gewinnchancen. Einfach die Wahrscheinlichkeit. Mehr will ich gar nicht. Mach das Online-Casino weiter, aber diese drei Dinger sind es. Holy shit, ist das ein gutes Video. Am Ende geht es um die Frage, was Games sein wollen. Vehikel für fragwürdige Praktiken, um Geld zu verdienen. I'm sorry. Fangnetze für anfällige Personen, die man dann ganz eklig Wale taucht. Oder Produkte, Kunstwerke, die wirklich Geld wert sind. Es ist ja nicht so, dass sich alles in Richtung Lootboxen bewegt. Es ist halt nur recht viel und es sind auch leider sehr populäre Spiele. Aber im Grunde kannst du dich ja wirklich überall austoben. Du kannst ja überall Sachen finden und bist gar nicht eingeschränkt. Ist ja nicht so, als wäre der Korridor nur aus Lootbox-Games. Ja. Cheers. Geiles Video. Geiles Video. Vielleicht checkt ihr das jetzt nochmal mehr, was ich euch ständig sage. Hier war es nochmal sehr gut zusammengefasst. Sehr, sehr gut. Und ich kann nichts dagegen tun. Dreizehnjährige werden los zur Tanke laufen, ihre Eltern anpumpen für nochmal ein Zwanziger und sie werden es in FIFA reinstecken. Ich weiß nicht. Das Video wird dir, die werden das Video sehen, das hilft dir nicht. Ja. Was macht man dagegen? Hm. Kein einzigen Cent dieses FIFA reingebuttert. Sorry, aber dein Stream 2020 war mir eine Leere. Hatte vor deinem Studio ein 50er gepayt, bekam gar nichts. Ja. Ja, es ist, es ist, es ist das Gleiche. Es gibt Leute, die werden davon abgeschreckt und es gibt Leute, die motiviert das. Aber da muss auch die Politik was machen, das geht so nicht. Es gibt es immer in verschiedenen starken Ausführungen und FIFA ist die heftigste von allen mit Abstand.